Sie hat es damit also nicht geschafft, an Silke Neumann vorbeizuziehen, wie zwei Zehntel vorher liegt. Nun, Joanna Wodak aus Polen, die nach ihrem Fehler mit dem Band es schwer haben wird, über den Elften und damit letzten Platz hinauszukommen. Ja, das ist in so einem engen Feld so gut wie unmöglich, wenn nicht noch eine Platz. Sie hat sich zwei dicke Fehler in der Bandübung geleistet, das Zwischen-Snaps gut zu machen. Abwurf und Schritsprung, Schritsprung unter dem Wurf und nach der Rolle fangen. Kriegsschwierigkeit. Das sollte sicher auch anders sein. Hüpferserie mit Doppeldurchschlägen. Das war die Höchstschwierigkeit mit einer Drehung. Sämtliche Körperelemente müssen mit Höchstschwierigkeiten in einer Tür abgedeckt sein. Das heißt also eine Höchstschwierigkeit mit einer Drehung, Höchstschwierigkeit mit Sprung, mit einem Gleichgewichtselement und dann Wahlweige. Aber mindestens vier. Joanna Wodak aus Polen. Robin, head auf!